Ok, es läuft doch nicht. Ah doch. So, Leute. Jetzt gleich kommt noch ein Video, was ich vorhin aufgenommen habe. Und jetzt sind hier gerade noch Brudi und Kuschleck im TS. Hi. Hallo. Hi. Und ja, wie ihr vielleicht wisst, gleich mit ihr streamt gleich um 19.30 Uhr. Und ich möchte bitte alle auf Twitch dazu auffordern, Hashtag KottiArmy zu schreiben. Ich möchte seine Reaktionen sehen. Jeder, der jetzt gerade online ist, jeder, der dieses Video schaut, kommentiert mit Hashtag KottiArmy in seinem Piss-Stream, Leute. Meine Fresse, so. Fickt. So, Leute. Wir sind jetzt hier auf meinem Kanal. Zwölf Minuten. Ja, ist gut. Sorry, Brudi. Ähm. Hey, wake up. Ja, du kannst jetzt auch mal... Ich schließe gleich TS, wenn du mich nochmal anschubst. Ja, toll. So, bann. Zwölf Minuten online. So, wollen wir mal auf Gorma joinen. So, da hab ich ja geschrieben. Lasst mal alle schön einen Kommentar mit Hashtag KottiArmy da. So, jetzt gucken wir mal unter gleich mit des neuesten Video. Öffnen wir gerne auch nochmal neu für alle, die es nicht glauben wollen. Gleichmitte, blablabla. Gleichmitte.deu. Youtube.com slash gleichmitte. Blablabla. Videos. So. 24 Minuten online. So, jetzt gucken wir mal so durch die Kommentare. KottiArmy. KottiArmy. Mö. Ja. Gehen wir mal da runter hier. Schon wieder KottiArmy. 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 besteht aus der Hashtag KottiArmy. Also Leute weiter so, kommentiert unter diesem Video weiter mit KottiArmy und unter dem nächsten auch und unter dem übernächsten auch und unter dem überübernächsten auch und Disney richtig hat man. Nein, Spaß Leute, aber macht weiter. Macht weiter so, ich bin stolz auf euch, wirklich. Weiter so, Leute.